Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen alle zwei Wochen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Heute haben wir Sonntag, den 22. Oktober und ich bin Sandra Grünefeld. Schön, dass Sie zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Corona-Crash und das Börsentief 2020 können Sie sich vermutlich alle noch gut erinnern. Denn in der Folge haben ja viele DAX-Aktien auch an Wert verloren. Inzwischen hat der DAX wieder gut zugelegt und auch die meisten DAX-Titel haben sich erholt. Aber nicht nur das, einige Titel haben sich seit dem Frühjahr 2020 sogar mehr als verdoppelt und teils auch verdreifacht. Aber es gibt auch DAX-Verlierer, um genau zu sein, vier. Und diese Konzerne schauen wir uns heute mal genauer an. Im Kern wollen wir beleuchten, ob damit auch die niedrigen Einstiegspreise günstig und attraktiv sind. Und wir sprechen darüber, ob diesen Unternehmen noch eine Trendwende gelingen könnte. Ja, und um das einzuschätzen, sprechen wir über die Geschäftsmodelle der vier Unternehmen und wichtige Kennzahlen und natürlich auch die Aktienbewertung. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt der Handelsblatt Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Ja, es wird heute also wieder spannend. Aber bevor wir über unser Schwerpunktthema sprechen, starten wir wie immer bei Extended erst einmal mit einer kurzen Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ja. Gut, los geht's. Ja, Deutschlands Wirtschaft kämpft ja mit einer Wachstumsschwäche. Was ist derzeit wahrscheinlicher? Eine schnelle Erholung oder ein noch tieferer Einbruch? Keins von beiden. Okay. Es gibt ja Wirtschaftsexpertinnen und Experten, die in den nächsten Jahren einen Rückgang der Inflationsraten weltweit erwarten. Hältst du das aus heutiger Sicht für eher realistisch oder eher unrealistisch? Eher realistisch, ja. Okay. Ja, blicken wir in die USA und da auf die durch die jüngsten Konjunkturdaten noch einmal aufgeflammten Zinssorgen. Glaubst du, eine weitere US-Zinserhöhung ist eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich? Schwierig. Also erst mal unwahrscheinlich, aber mit Blick auf die nächsten Monate kann durchaus noch eine Zinserhöhung kommen. Und wenn wir auf die EZB-Entscheidungen gucken, eher wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, dass es noch höher geht? Also nächste Woche erst mal gar nichts, aber nein, ich würde sagen eher unwahrscheinlich. Vielen Dank, Ulf. Gerne. Ja, dann starten wir mal in unseren Schwerpunkt für heute. Trotz der jüngsten Verluste im August und September kann man ja sagen, dass sich der DAX gut vom Corona-Crash und dem Börsentief Anfang 2020 erholt hat. Aber es gibt auch eine Handvoll Aktien, die nicht von der Rallye profitieren konnten. Welche sind denn das? Also wie du schon sagst, trotz der jüngsten Verluste, immerhin ist der DAX seit Anfang August um gut acht, neun Prozent gefallen, ist die Erholung seit dem Börsentief im Corona-Crash immer noch sehr, sehr enorm. Der DAX hat von 8400 Punkte gut 8400 Punkte bis auf aktuell ja etwas rund 15.000 Punkte zugelegt. Also das ist schon immer noch enorm, der Anstieg. Aber vier der 40 DAX-Aktien haben gar nichts von der Rallye mitbekommen. Sie haben sogar einen Wert verloren, durchaus zu Recht, denn all diese Werte schieben irgendwie Probleme von größerer oder mittelgroßer oder kleinerer Natur vor sich her. Ja, das sind, um die Werte mal zu nennen, das sind Vonovia, Zalando, Adidas und Bayer. Aber die aktuell sehr, sehr niedrigen Kurse, die bergen natürlich auch immer irgendwie Potenzial, weil die Einstiegspreise eben verhältnismäßig günstig sind. Ja, gehen wir die Unternehmen alle mal nacheinander durch, um zu schauen, bei wem denn eine Trendwende noch gelingen könnte. Starten wir mit Vonovia. Wie steht die Aktie denn aktuell da? Ja, Vonovia ist mit einem Verlust von 35 Prozent seit dem DAX tief im Frühjahr 2020. Die haben praktisch seit dem Tief des DAX noch mal 35 Prozent verloren. Also so schlecht steht keine andere Aktie im DAX da wie Vonovia. Ja, Grund dafür ist ein sehr toxisches Gemisch. Das sind einmal die rasant steigenden Zinsen, dann steigende Materialpreise, was Bauen und Renovieren angeht. Das ist alles sehr, sehr teuer geworden. Ja, und dann gibt es auch noch zu wenig Fachkräfte. Ja, und diese drei Faktoren, Zinsen, teures Material und zu wenig Fachkräfte. Ja, das ist eben toxisch. Und Vonovia, nein, die ganze Branche, die steckt in der größten Krise seit Jahrzehnten. Ja, in den Schlagzeilen war Vonovia im speziellen Jahr in diesem Jahr vor allem wegen gestoppter Neubauprojekte auch. Was genau aber sind denn die Hauptgründe für den Kursverfall? Ja, zum einen sind das Wertberichtigungen aufgrund sinkender Immobilienpreise. Die Immobilienpreise sinken Quartal für Quartal. Und Vonovia muss dann Quartal für Quartal schauen, wie viel sind unsere Bestände eigentlich noch wert und muss das bilanzieren. Und sinkt jetzt der Wert der Immobilien und das tut er seit ein, zwei Jahren. Ja, da muss Vonovia jedes Quartal niedrigere Werte als zuvor in die Bilanz schreiben und entsprechend abschreiben, wenn die Werte sinken. In den vergangenen Quartalen kamen da so mehrere Milliarden Euro an Abschreibungen zustande. Muss man sagen, Abschreibungen sind nicht cash relevant, weil sie stammen nicht aus dem operativen Geschäft. Das, um das mal positiv einzuschieben, das operative Geschäft, das läuft bei Vonovia nämlich übrigens immer noch sehr, sehr gut. So gut wie alle Wohnungen sind vermietet und die Mieter und Mieterinnen zahlen auch. Also das läuft bei Vonovia alles noch sehr, sehr gut und es läuft gut. Aber eben diese Abschreibungen, ja, die mindern den Nettogewinn und damit auch das Eigenkapital. Okay, die Abschreibungen belasten aber das Tagesgeschäft gar nicht, wie du sagst. Richtig. Sind sie dann das einzige Problem Vonovias oder gibt es noch weitere Schwierigkeiten? Ja, das sind eben leider nicht die einzigen Probleme. Wie gesagt, positiv fällt ganz klar heraus, dass das operative Tagesgeschäft eben nach wie vor gut läuft. Aber es gibt eben noch einen ganz großen weiteren Belastungsfaktor. Das sind die hohen Verbindlichkeiten, also sehr hohe Schulden und dann in Kombination mit rasant steigenden Zinsen. Vonovia schiebt aktuell Nettofinanzschulden von 43 Milliarden Euro vor sich her. Das war nicht weiter schlimm, als man für Schulden so gut wie keine Zinsen zahlen musste. Doch wenn Vonovia heute bei einer Bank einen auslaufenden Kredit verlängern muss oder eine auslaufende Anleihe neu finanzieren muss, ja, dann fallen dafür vier, fünf Prozent Zinsen an. Jetzt nur mal rein theoretisch angenommen, Vonovia müsste für die ganzen 43 Milliarden Euro Schulden künftig fünf Prozent Zinsen zahlen. Ja, dann sind das rein rechnerisch pro Jahr schon mal etwas mehr als zwei Milliarden Euro. Ich sage jetzt ganz bewusst rein rechnerisch, denn Vonovia wird nicht heute und auch nicht morgen alles umfinanzieren müssen. Die waren sehr schlau und haben natürlich vieles auch sehr, sehr langfristig zu niedrigen Krediten, zu günstigen Anleihen finanziert, die noch viele, viele Jahre laufen. Aber Vonovia kennt dieses Problem und deswegen müssen die was dagegen tun. Ja, du sagst, Vonovia kennt dieses Problem. Wie genau reagiert denn Vonovia auf die Probleme? Also sprich, gibt es ein Potenzial für eine Trendwende? Ja, Vonovia macht das, was im Grunde jeder Verbraucher, jede Verbraucherin, was du und was ich auch machen würde, wenn wir zu viel Schulden haben. Sie bauen Schulden ab. Vonovia macht das, indem sie Wohnungen verkauft. Für rund 1,5 Milliarden Euro wurden schon Immobilien veräußert. Ja, insgesamt stehen über 60.000 Wohnungen im Wert von mehr als 13 Milliarden Euro zum Verkauf. Nun ist das natürlich in der jetzigen Lage nicht so ganz einfach, die so zu verkaufen, um auch das Geld reinzubekommen, was man erwartet. Also das ist nicht ganz einfach. Gut, kommen wir zu einem weiteren DAX-Verlierer, Zalando. Bei einem Verlust von 29 Prozent seit dem Börsentief im Frühjahr 2020 ist Zalando der zweitschlechteste DAX-Titel. Warum ist das so? Ja, bei Zalando ist das im Grunde etwas ganz anderes als bei Vonovia. Bei Zalando ist das einfach enttäuschte Wachstumshoffnung. Zalando war als sehr, sehr hoch bewertete Aktie in den DAX, also in die erste Börsenliga, aufgestiegen. Ja, damit verbunden waren aber Hoffnungen, dass sich Umsätze und Gewinne in den nächsten Jahren verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen. So wie das ursprünglich mal Amazon geschafft hatte. Davon ist aber gar nichts zu erkennen bei Zalando. Nach über 200 Millionen Euro Nettogewinn, wogemerkt Millionen, nicht Milliarden, 200 Millionen Euro Nettogewinn in den Jahren 2020 und 2021, dürften es in diesem Jahr voraussichtlich etwas über 100 Millionen Euro werden. Im Vorjahr waren es lediglich 17 Millionen Euro. Also mit einer Netto-Umsatzrendite von gerade mal einem Prozent zählt Zalando zu den rendite-schwächsten DAX-Konzernen. Ja, damit bleibt also nur im Grunde ein Cent Reingewinn mit jedem Euro-Umsatz übrig. Also das ist alles nicht sehr viel und ja, das ist alles andere als sehr wachstumsstark. Ja, lassen sich aus der Misere von Zalando denn auch allgemeine Lehren ziehen? Also ist etwa die Zeit der großen Expansion für Online-Händler vorbei? Ja, das ist wohl so, genau wie du sagst. Also ich denke, die Zeit ist vorbei. Die Konkurrenz ist einfach groß, was Online-Händler angeht. Ganz besonders natürlich mit Amazon als riesengroßer Platzhirsch. Ja, und viel Konkurrenz schmälert einfach die Profitabilität und die Gewinne und das Gewinnsteigerungspotenzial. Und genau damit fehlt der Aktie ein ganz, ganz wesentlicher Kurstreiber. Ja, und hinzu kommt jetzt auch noch, dass sich viele Verbraucher, Verbraucherinnen angesichts stark steigender Preise für viele Produkte des täglichen Lebens, ja, da hält man sich doch etwas mehr mit Bestellungen, was Mode angeht, zurück. Und das ist natürlich ganz schlecht für einen Online-Händler wie Zalando. Und was unternimmt Zalando gegen seine schlechte wirtschaftliche Lage? Ja, da tun sie einiges gegen. Also kurz gesagt, Effizienz statt Investition und Wachstum. Wie ich schon sagte, die Expansionszeiten, die sind vorbei. Ja, und um die Effizienz jetzt zu steigern und mehr Cash einfach zu generieren, ja, führt der Konzern in 25 Ländern jetzt einen Mindestbestellwert ein. Er senkt so die Ausgaben für Marketing, reduziert die Investitionen. Und dank solcher Sparmaßnahmen, ja, ist auch der bereinigte operative Gewinn im zweiten Quartal um über 80 Prozent gestiegen auf 145 Millionen Euro. Obwohl der Umsatz, also die reinen Erlöse, die um zweieinhalb Prozent schrumpften. Also das zeigt einfach diese Effizienzstrategie. Ja, die hat Erfolg. Sie hat Erfolg, ja, das stimmt. Aber sie geht eben zulasten des Wachstums. Also summa summarum Zalando ist keine Wachstumsaktie mehr, für die sie einst gehalten wurde. Und das drückt sich eben im negativen Kurs nieder. Kommen wir zu dem dritten DAX-Verlierer, den wir ja schon aufgezählt haben, zu Adidas. Der Sportwarenhersteller dürfte ja dieses Jahr in die roten Zahlen rutschen. Wie ist es so weit gekommen? Ja, das ist ein Gemisch aus vielen Fehlern. Also falsche Konzernstrategie, zu viel auf Fußball gesetzt anstatt auf andere Trendsportarten. Dann auch das Desaster mit dem Rapper Kanye West. Er ist für die Entwicklung ganz wichtiger, er war für die Entwicklung ganz wichtiger Kollektionen verantwortlich und stand dafür. Aber nach einigen antisemitischen Äußerungen sah sich Adidas gezwungen, die Zusammenarbeit mit West abrupt einzustellen. Ja, und das hat sehr, sehr hohe Verluste beschert. Analysten prognostizieren im Schnitt einen Nettoverlust von rund 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Aber Einschub, die Tendenz sinkt Woche für Woche, diese Verlustschätzungen. Ja, die Nettoverschuldung, die ist dramatisch gestiegen von weniger als einer Milliarde Euro im erfolgreichen Geschäftsjahr 2021. Das war das letzte erfolgreiche Geschäftsjahr, weniger als eine Milliarde. Auf zuletzt gut fünf Milliarden Euro Nettoverschuldung zum Ende des ersten Halbjahres 2023. Ja, und diesen gut fünf Milliarden Schulden steht nur ein etwa gleich hohes Eigenkapital gegenüber. Also eine dramatisch negative Entwicklung, blickt man auf die Vergangenheit. An der Börse aber zählt ja der Trend und der zeigt für Adidas nach oben. Wie passt das denn mit den roten Zahlen zusammen? Ja, der zeigt eindeutig nach oben. Also jetzt jüngst in den letzten Tagen hat Adidas wieder Meldungen veröffentlicht, dass eben die Verluste deutlich geringer ausfallen, dass sich mit dem Restbestand der Kanye West-Schuhe doch noch so einiges erlösen lässt. Also ja, das ist ganz, ganz wichtig. An der Börse zählt eben nicht Vergangenheit und auch nicht Gegenwart, sondern allein die Zukunft. Und die sieht einfach bei Adidas besser aus, weil auch die Ausgangsbasis für Adidas natürlich sehr niedrig ist. Weil wer Verluste schreibt, hat es natürlich leichter anschließend sich zu verbessern, als wer schon sehr, sehr hohe Gewinne macht. Noch im Frühsommer lagen die Verlustschätzungen für das laufende Geschäftsjahr bei über 400 Millionen Euro. Ja, das ist mehr als doppelt so hoch wie aktuell. Also jetzt nach den jüngsten Äußerungen von Adidas werden sie weiter sinken, die Verlustschätzungen. Also sie werden jetzt nicht mehr 2 Millionen Euro sein, sondern noch weniger werden. Ja, und auch der Cashflow, also der Zahlungsmittelüberschuss, auch der entwickelt sich positiv. Ja, nach 3 Milliarden, 3,1 Milliarden Euro 2021 und einem negativen operativen Cashflow. Also im vergangenen Jahr dürfte es dieses Jahr einen satten Überschuss von weit über einer Milliarde Euro, wahrscheinlich 1,4, 1,5 Milliarden Euro geben. Ja, und zudem gibt es eben die schon erwähnten unerwarteten Erlöse aus den eigentlich als unverkäuflich geltenden Jesi-Schulen des Rapper Kanye West. Also auch hier bekommt Adidas im Grunde noch was, was man ursprünglich in den schlimmsten Monaten und Wochen nicht erwartet hatte. Ja, also sieht es unterm Strich ja irgendwie besser aus, als es scheint. Ja, die Zukunft ist besser als die schlechte Gegenwart und Vergangenheit. Kommen wir zum vierten DAX-Verlierer, kommen wir zum Pharma-Riesen-Bayer. Kurz nachdem Bill Anderson ja den Vorstandsvorsitz übernommen hatte, hat der Konzern seine Ertragsprognose gesenkt und damit auch einen merklichen Kurseffekt ausgelöst. Was ist davon denn jetzt noch übrig? Ja, also zuerst stieg der Kurs kräftig. Man kann jetzt denken, Gewinnwarnung, steigender Kurs, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Ah, doch, das funktioniert, wenn ein neuer Chef die Geschicke übernimmt. Nämlich war einfach verbunden mit der Hoffnung, dass mit dem neuen Chef und der gesenkten Ertragsprognose alles nur besser werden kann. Also auch hier wieder dieser Effekt, schlechte Gegenwart. Dann ist es nicht schwer, dass die Zukunft besser werden kann. Aber dieser Anderson-Kurseffekt, der verpuffte rascht. Denn Anleger merken rasch, dass es keine Gesetzmäßigkeit ist, dass unter einem neuen Chef alles sofort besser wird. Die Aktie, die kostet kaum noch 45 Euro. Und so wenig wie zuletzt im Dezember als Vorgänger Werner Baumann noch im Amt war. Ja, und geblieben sind Milliardenabschreibungen auf das nach wie vor umstrittene Glyphosatgeschäft, dass Bayer sich 2016, so lange ist das schon her, mit dem Monsanto-Kauf eingehandelt hat. Ja, und fast in Quartalsfolge wechseln sich Rückstellungen für Klagen, Krebskanker Amerikaner, die Glyphosat für ihr Leiden verantwortlich machen. Ja, mit Wertminderungen aufgrund geringerer Geschäftserwartungen bei Bayer ab. Oje, ja, das klingt ja alles nach eher düsteren Zeiten für den Pharma-Riesen, Bayer. Wie steht es denn um die Finanzierung des DAX-Konzerns? Ja, auch das Tagesgeschäft, das läuft zunehmend schlechter. Grund dafür sind sinkende Weltmarktpreise, einhergehend mit niedrigeren Absatzmengen. Ja, und im stabilen Pharma-Geschäft sank das Ergebnis zuletzt um sieben Prozent. Analysten prognostizieren einen Nettogewinn von, ja, knapp zwei Milliarden Euro in diesem Jahr, nach 4,85 Milliarden im Vorjahr. Also das wäre ein deutlicher Einbruch. Ja, darin sind allerdings Abschreibungen und Rückstellungen mal wieder berücksichtigt. Also Bayer geht im laufenden Jahr von rund 3,5 Milliarden Euro an Abschreibungen und Rückstellungen aus. Also es ist wieder eine ganze Menge. Und es zeigt einfach, dass die Leidenszeit da immer noch nicht vorbei ist. Und einer gegenüber dem Vorjahr um siebeneinhalb Milliarden Euro auf fast 40 Milliarden Euro gestiegenen Nettoverschuldung, ja, steht einem Eigenkapital von 37 Milliarden Euro gegenüber. Das heißt, höhere Netto-Schulden als Eigenkapital. Damit zählt Bayer im DAX zu den am schlechtesten finanzierten DAX-Konzernen. Was genau bedeuten dann diese vielen Probleme bei Bayer für das Kurspotenzial am Ende? Ja, da muss man abwägen. Also ich habe jetzt sehr, sehr viel Negatives aufgezählt bei Bayer. Jetzt könnte man im ersten Reflex denken, der Kurs, der wird fallen und fallen und fallen. Aber so einfach ist das an der Börse ja nicht, weil ganz, ganz viele dieser vielen, vielen negativen Nachrichten, das wissen natürlich auch die Anlegerinnen und Anleger und vor allem die professionellen Investoren. Ich bin ja nicht schlauer als die. Und das zeigt einfach der Kurs. Also der Kurs ist extrem gefallen. Bayer ist auch trotz der stark herabgesetzten Gewinnschätzungen sehr, sehr niedrig bewertet an der Börse. Gemessen an den auf Sicht der nächsten vier Quartale erwarteten Nettogewinn ist die Aktie mit einem sehr, sehr günstigen Kursgewinnverhältnis von 7,3 bewertet. Das ist extrem wenig, so ein Kursgewinnverhältnis von gut sieben. Ja, und darin liegt einfach ein sehr hohes Kurspotenzial, wenn, ja, ich sage, wenn dem neuen Chef die Trendwende und irgendwann mal ein Ende dieser Glyphosat-Klagewelle gelingt. Vielen Dank, Ulf, für deine Einschätzungen dazu, ob sich ein Einstieg lohnen könnte oder eher nicht. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, und damit geht die heutige Sendung von Today Extended auch schon zu Ende. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ja, und wenn Sie auch interessiert, welche DAX-Größen hohe Dividendenrenditen bieten, dann empfehle ich Ihnen auch morgen wieder bei Today reinzuhören. Da erklärt uns Ulf nämlich, wieso die Kennzahl nur unter bestimmten Bedingungen attraktiv ist und wieso sie nur wenige Unternehmen erfüllen. Ich bedanke mich jetzt noch bei Lukas Teppler für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.